Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder miteinander. So, wir werden jetzt noch mal ein bisschen ausbauen, dass wir Regale hier wegkriegen, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und ja. So, einmal Wagen hinzufügen. Achso, da brauch ich noch ein paar Sachen. Okay. Okay. Geben wir uns noch ein paar Sachen holen. Aber das wäre dann der Weg, Gong, äh, Gong. Nur für die Regale. Nur für die Regale. Definitiv. So. Dann werden wir uns jetzt noch ein paar Dinger bauen. So. Da brauchen wir zwei. Ich glaube, ich habe auch noch solche Ringe irgendwo gehabt. Was das schwächer hatte. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo. Ich habe keine Ordnung mehr hier drin. Hier habe ich. So. Wir brauchen... Definitiv. Ordnung. Wieder. Äh. Hier. Dieses Zeug. Äh. Wie machen wir das nochmal? Nee, hier war das nicht. Das war beim Bellobor. Bellobor war das. Egal. Egal. So. Ich würde schon mal sagen. Bis das soweit ist. Baut ich Holz. Holz. Haben wir genug Holz? Haben wir irgendwo noch genug Holz? Ich glaube, wir haben gar kein Holz mehr. Ich glaube, wir haben gar kein Holz mehr. Mist. Oh, ein Holz. Ein Holz. Nicht gut. Oh, oh. Wir haben kein Holz mehr. Okay. Das wird nicht gerade berauschen. So. Aber gut. Rino 1. Wir haben noch sieben Eisen. Haben wir nicht genug Eisen gemacht? Es ist nicht genug Eisen. Ach, stimmt. Hatten wir nicht. Wir haben die Schrauben genommen. Ich glaube, ich habe noch Eisen. Aber glaube ich noch genug. Weil das nicht mehr war. Wissen. Ist doch schon kein Eisen mehr. Oh, oh. Okay, da müssen wir gucken, dass wir das unterwegs gebastelt kriegen. Okay. Hm. Vielleicht geben wir hier noch irgendwie ein bisschen Eisen. Ähm, ja. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Einmal. Hier noch irgendwas drin. Ein bisschen wieder zu scouten. Ja, wie ich schon gesehen. Wie ich schon gesehen habe. Was ist das? Was sind mehr als gedacht? Okay, es sind noch drei Stück. Okay, jetzt reicht es mir hier. Okay, ich muss aber weg. Ich muss erst mal weg. Hier ist auch noch einer. Okay, ich muss erst mal weg. Mal essen, ja. So, ich muss noch mal gucken, ob wir noch was haben. Ja, genug. So. Was ist der? Direkt da hinten? Das ist der nicht, der nicht, ja. Okay. Okay. Kann man schon aufheben. Noch einer. Ich hab den da voll getroffen. Was war das denn? Was war das denn? Ich hab mir eine Granate dahin geworfen. Okay. Leute. Läuft auch mal anständige Waffen zurück. Zeug. So. So. Wo wir den Zeug anfangen können. So. 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 Mal. Da haben wir bestimmt noch mehr Platz. Das wird das mal weiterräumen. weiterräumen. Nicht hin und her laufen müssen. So. Mal. Mal. bisschen verbessern können hier ist doch noch einer das ist jetzt war es ist was wir hier ich habe das alles zu sagen sind das uns aushilft hier ist noch was ein paar sachen vielleicht für uns hier ist nix mehr hier oben noch was leider nix hier eine tasse dann haben wir glaube ich hier alles erstmal leer geräumt so wir wollten verbessern so mit ihr drin da ist noch was dass das ist noch eine kiste und so holz leder was man die waffen verbessern können dann wegschmeißen können das war die werkbank bank war das was mal hier besser wird es hier nicht 20 schaden weniger ich habe nichts okay man guck mal hier nichts besseres aber einmal reparieren so jetzt können wir den ganzen driss wegschmeißen so wir wollten verbessern brauchen vier eis und vier ringe gucken wir mal ob das wir hier kriegen noch keine chips wir haben hier leder eis wird es aber leider nicht vier eisen vier ringe gucken wir es mal hier ok ok ich komme ich komme 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 17 15 15 15 15 16 16 17 15 wie viel holz haben wir noch jetzt holz haben wir noch so brauchen wir nur noch eisen jetzt kann ich unterwegs sein nicht vielleicht höchstens noch ein dazu fügen einmal sonnereisen auf sich mal okay wir müssen sagen ohne ende nichts mehr wir haben ehrlich gesagt nichts mehr nur noch eisen mama raus gucken uns mal bei der werkung kommt dann schau mal daneben so magazin noch was besseres gekriegt hier das hier vielleicht noch frischkeit ich lasse nicht alles 35 Okay, lassen wir es so Stärke war das jetzt nicht, ne? Stärke war das jetzt nicht, ne? Schaden 30 Äh, ich glaube schon, das war Stärke Stärke muss bleiben Stärke muss bleiben 42 Was hat man hier noch? Dass die Stärke höher bleibt Da Okay Okay Wo wir das hier hinschmeißen Was ich da noch Verbessern kann mit Genauigkeit Das war's dann So Ich glaube, das war's dann auch Wir können hier nichts weiter machen Leider Sammeln gehen Sammeln gehen und umbauen nebenbei Okay Ich glaube, das geht nicht mehr Oh doch Das dann geht nicht Aber Zufügen Okay Okay, können wir sammeln Und dann kann ich ganz nach hinten Und uns ein Ding erstellen Gut Aber ich würde auch sagen Das sehen wir dann in der nächsten Folge Wenn es euch gefallen hat Gerne ein Däumchen da lassen Und wir sehen uns Bis dann Ciao Tschüss 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 Vielen Dank.